Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy 7 Rebirth, dem zweiten Teil der Remake-Reihe. Dann wollen wir mal weitermachen. Wir wollten da oben zum Versteck hin, ne? Ja, danke. In welche Richtung muss ich? Wahrscheinlich einmal komplett durchs Dorf, ne? Ja. Tja, damit hat keiner gerechnet. Oh, haben wir auch was? Ah, ja. Na ja. Oder auch nicht. Verzeihung. Ah, ja. Reparieren kann ich das Ding nicht, aber zerdeppern gerne, wenn's sein soll. Schlechte Scherze kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir stecken hier in großer Not. Tja. Ach ja, was ist denn passiert? Die Makroleitung nach Kalm scheint undicht zu sein. Habe so eine Alleskönnerin drauf angesetzt, die das notdürftig reparieren will. Hätte aber lieber, dass sich das nochmal jemand vom Fach ansieht. Und auf den... Die sind auch nur ein Alleskönner. Eine Alleskönnerin? Genau. In den Slums von Midgar soll sie sich ziemlich verdient gemacht haben. Na, die würde ich ja gerne mal treffen. Ja. Kein Problem. Ich kann euch gerne sagen, wo sie ist. Könntet ihr mir im Gegenteil vielleicht... Hier hat sie einen Ruf abgeklaut. Ach nein, wirklich. Ja, ich hab das schon gefunden. Das hab ich schon gesehen. Ah, das ist sein wirklicher Ernst. Wie sah die denn aus? Er traf leider bei seinem letzten Rundgang auf ein paar Ungeheuer und liegt jetzt im Krankenhaus. Ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Ich hab schon mal schon gebeten, Vertretung zu schicken, aber da hat man momentan ja auch genug um die Ohren. Ja, ich weiß. Ihr könnt euch also sicher vorstellen, wie erleichtert ich war, als diese Alleskönnerin hier aufgekreuzt ist. Ja, eher Alleskönnerin. Oh, wie freundlich von euch. Ich bin übrigens Fritz Berlinger, der Bürgermeister von Kalm. Da hat jemand unseren Ruf abgesagt. Die Alleskönnerin sollte in der Werkstatt vor den Stadttouren kommen. Ja, nee, ist klar. Sagt dir doch bitte, sie soll mir bei Gelegenheit einmal melden, wie sie so vorankommt. Ja, gar nicht. Weil sie nicht der Alleskönner ist. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren. Es soll noch andere Alleskönner in den Slums gegeben haben? Das höre ich aber zuerst. Ja, nein, sie hat unseren Ruf. Lass mich mal nachdenken. Die hat unseren... Ach. War aber auch nicht so ein Tamtam wie du. Die hat meinen Ruf abgeklaut. Woher sollen die wissen, dass es eine Alleskönnerin ist? Die haben nur gehört, dass... Was? Rede nicht so über Aerith oder ich schlapp dir einen in die Fresse. Äh, ja. Woher sollen die das wissen, dass sie gelogen hat? Ne, ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Komm, wir nehmen mal den hier. Und dann rennen wir da rüber. Warte, nehme ich den und renne da rüber? Ich nehme den und renne da rüber. Ja, ne? Bevor ich hier noch drei Minuten länger sitze und... Ja, doch. Das war definitiv eine schnelle, schnelle Reise. Nee, also wirklich. Sie gibt sich als uns aus, dass das noch niemand aufgefallen ist. Die greift sich doch nur die Lorbeeren ab. Mal ehrlich, das ist doch so offensichtlich. Das bestimmt hier diese Diebin. Die vom Racheengel. Die Tochter. Enkelin? Tochter? Enkelin. Enkelin, glaube ich. Das ist die. Garantiert. Was ist denn die? Was macht die denn da ganz hinten? Das war doch hier irgendwo kaputt. Oder da oben? Das war auf jeden Fall irgendwo da kaputt. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich einmal außenrum, hä? Ja. Ich bin falsch gelaufen. Da hat ja die Dings richtig was gebracht. Da vorne ist es doch, das Loch. Ich sehe das kilometerweit entfernt. Ah, sie ist da oben wahrscheinlich. Irgendwo. Keine Güte. Alle Schwätzerin sollten wir sie eher nennen. So, wie komme ich da hoch? Wie ist sie da hochgekommen? Äh. Oh, wir sind schon da. Ich dachte, ich muss mal weiter hoch, aber... Was ist hier denn? Ist das hier diese Werkstatt? Ja. Tja. Ah. Du bist doch die Göra aus Sektor 5, die Müll über Avalanche verbreitet hat. Ja. Gibt's ja nicht. Cloud? Ist das hier auch dein Gebiet? Hast du die Reparatur der Mako-Leitung übernommen? Na klar. Ich übernehme jeden Job, solange der Preis stimmt. Wie ihr überhaupt an Aufträge kommt, ist mir ein Rätsel. Der Bürgermeister hat eine Nachricht für dich. Du sollst berichten, wie es vorangeht. Gar nicht. Ja, also, vorangeht, es geht voran, ja. Gar nicht. Ich wollte ihm schon lange Bericht erstatten, aber... Na ja. Mir fehlen noch einige Teile für die Reparatur. Warum stockt das etwas? Ja. Ja. Wie wär's, wenn wir die Sachen gemeinsam zusammensuchen? Vergiss es. Jetzt sei doch nicht so... Ein Profi wie du muss sich auch mal um den Nachwuchs kümmern. Ich mach auch alles, was du sagst. Wenn du das richtig stellst. Versprochen? Dann hör auf, dich als Alleskönnerin auszugeben. Das ist meine Bedingung. Ja. Abgemacht. Um gleich zum Punkt zu kommen. Das hier sind die Teile, die wir benötigen. Oh ja. Vermutlich noch viel mehr, aber beschränken wir uns fürs Erste auf das Nötigste. Komm wieder zu mir, sobald du alles hast. Ja. Wo sind denn die Teile zu finden? Hier in der Nähe gibt es einen Strottplatz, glaube ich. Glaubst du? Dann würde ich mit der Suche anfangen. Ja, aber es bleibt uns anderes übrig, ne? Moment mal, du kommst nicht mit? Natürlich nicht. Ich muss hier noch ein paar Kleinteile suchen, Schrauben und Nägel und so. Ja, natürlich. Na, dann wollen wir mal. Ja, das ist wirklich gleich in der Nähe, hm? So. Ja, ich glaube, wir müssen da runter, ne? Ja. Guck mal an. Das sollen wir für die Reparatur benutzen. Naja. Ich bleib mal skeptisch. Aber im Endeffekt dürfen wir wahrscheinlich sowieso alles selber machen, hm? Oh, was seid ihr denn? Das muss also sein. Oh. Oh. Machen wir mal die süßen Viecher. Die bringen wahrscheinlich nicht mal EP. Hä? Wo ist es denn? Ach, da. Ich bin dran vorbeigelaufen, oder? Na komm, heb's auf. Und dann auch noch rostig? Die will mich doch wohl verarschen. Das hält doch nie im Leben. Du musst schon ein paar andere Dinge nehmen hier. Soll er schließlich halten und nicht gleich wieder kaputt gehen? Naja. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich wusste doch, dass es die von dem Racheengel ist. Die Enkelin. Was treibt die sich eigentlich hier draußen rum? Ja. Nein, wirklich. Können wir die Leitung nicht nur flicken, sondern quasi in neuem Glanz erstrahlen lassen? Zu einem saftigen Aufpreis, versteht sich. Ah, ah, ah. Alles klar, dann mal los. Hier geht's lang. Die Marco-Leitung repariert sich schließlich nicht von selbst. Ja, du brauchst nicht so zu schreien. Ich stehe vor dir. Meine Güte. Ich hätte nicht in der Hauptstadt bleiben können. Nein, da muss er mir auch auf den Keks gehen. Was hast du denn? Nein. Ach, deswegen ist sie abgehauen. Ich bin eingepackt und bin ausgebüxt. Ah, ja. Ich werde hier draußen ganz groß rauskommen, einen Batzen Gild verdienen und der Besserwisseren zeiten. Ah, ja. Auf, in den Kampf. Auf einmal aufhören, bitte. Ja. Ja. Wo denn? Ach, die schon wieder. Ja, ich weiß. Ich sammle trotzdem Materialien ein. Und ich weiß, wo das Leck ist. Ich hab's gleich gesehen. Ja, ich seh's. Du kannst das doch reparieren, oder? Unterschätze nie ein Kind der Slaps. Aus Schroff kann ich wahre Wunderwerke errichten. Das klang jetzt aber... Er. Noch mal kurz analysieren. Kein Wunder, dass dieser Flammenblitz hier so gut funktioniert hat. Ja. Das liegt bestimmt am Marko. Ja. Mach weiter. Ach so. Was? Die Bildung dieser Union der Alleskönner muss gebührend gefeiert werden. Darauf müssen wir anstoßen. Dein Versprechen schon vergessen? Du meinst das Versprechen, dass wir uns als Kollegen die Hände reichen und voll durchschlafen? Nein. Du sollst dich nicht mehr Alleskönnerin nennen. Wieso das denn? Schadet dir doch nicht. Ich rühre auf die Tabeltrommel für dich. Okay? Nein. Das wäre eine Schädigung. Ja, das war klar. Das war so klar. Was machen wir jetzt mit der Göre? Hinterher. Die Reparatur ist beendet. Lass uns dem Bürgermeister Bescheid geben. Ja, komm. Kommen wir gleich da hin. In Kalbjelden zur Zeit erhöhte sich... Ja, ja, ich weiß. Oh, da seid ihr ja wieder. Die Alleskönnerin hat mir schon alles erzählt. Ah, ja. Hier sollt ihr richtig gut zur Hand gegangen sein, hat sie gesagt. Besten Dank. Das Marco fließt jetzt wieder in Strömen. Wirklich nett von euch. Und wo ist diese Alleskönnerin? Die meinte, sie hätte schon den nächsten Auftrag und müsste gleich weiter. Mhm. So ein Tausendsasser ist gefragt, was? Welch ein Glück, dass sie Zeit für uns hatte. Ah, ja. Sie hört sich faustig hinter den Ohren. Ach ja, bevor ich's vergesse. Nett wie sie ist, hat sie euch euren Teil der Belohnung dagelassen. Hier, bitte. Da wäre mir lieber gewesen, wenn sie gleich die Wahrheit gesagt hätte. Aber da hätten wir ja lange warten können, hm? Okay, wenn wir da nach links gehen, sollten wir eigentlich da hinkommen. Ja, das war nicht das, was ich wollte. Bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, ja. Wo komm ich denn da hin? Ach, da vielleicht. Klaut die sich einfach alles zusammen. Oh, warte mal. Da unten. Da? In dem Gebäude? Nee, da unten. Hä? Wo komm ich denn da hin? Ja, das hat mich auch grad gefahrt. Hier lang? Ich hab Holzpupillen verstanden und nicht Holzpuppen. Eieieiei. Ich wollte grad sagen, was soll man mit einer Pupille aus Holz? Es folgen die Nachrichten des Tages. Ah, ja. Die terroristische Gruppe von Avalanche, die den Anschlag... Ach, hier waren wir doch schon mal. Das versteckt. ...woll berichten zufolge in Kalm untergetaucht sein. Als Reaktion darauf hat Schindra einen Suchtrupp in den Ort entsandt. Aufgrund der Fahndung war Kalm vorübergehend abgeriegelt. Die Blockade wurde mittlerweile jedoch wieder aufgehoben. Ja. Avalanche befindet sich weiter auf der Flunten. Laut Schindras Sicherheitsbehörde wird die Suche fortgesetzt. Na gut, dass die keine Fotos von uns zeigen. Aufgrund der Fahndung war der Fahndung. Ja, das trifft sich hervorragend. Na dann? Mein Name ist Val und ich könnte wirklich gut Hilfe gebrauchen. Na dann, erzähl ich. Ja, hab ich ja schon mal von Blut der Königin gehört, oder? Wisst ihr, ich hab neulich ne Partie davon gespielt. Und dabei eine sehr höhere Wettende Karte verloren. Die brauche ich unbedingt wieder. Könnt ihr mir dabei vielleicht helfen? Ah. Um die Karte Chokobo und Mogri. Die einzige seltene Karte, die ich je besagt habe. Ah, ja. Jetzt übertreibt er aber. Ja, ich kann aber nichts. Versprechen. Ja. Bis vor kurzem auch in der Bar gearbeitet. Ja. Aber wirklich? Ist kein... Die Terapeute schwecken. Was? Nein. Arbeit nicht. Bei weit. Nur, dass ihre Bar eingestürzt ist. Als Reaktion darauf hat sie noch... Ach, ja. Oh, welch ein Sieg. Kann ich mir nicht einfach eins rüberziehen? Ach so. Kannst du mir denn können vielleicht einmal demonstrieren, bevor ich dir den Auftrag gebe? Nein. Ich hab doch noch nie gespielt. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Vor dem Beginn der Partie hast du die Möglichkeit, Karten auseinander zurück ins Deck zu legen und dafür eine neue zu ziehen. Insbesondere hochrangige Karten, die du nicht direkt ausspielen kannst, sind zu Spielbeginn wertlos und sollten gegen solche... Moment. Wenn ging es mir so gut, komm. Gegen solche ausgetauscht werden, mit denen du unmittelbar in die Offensive gehen kannst. Ah, ja. Welche Karte möchtest du austauschen? Ich glaub, die Vierer, ne? Und direkt wieder eine Vierer gezogen. Und direkt wieder eine Vierer gezogen. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Das war's. Hmm. 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 Was machen wir hier? Hmm. Kann ich da nicht hier irgendwas machen? Ah, das ist jetzt nervig. Ich bin fertig. Oh ja! Ja, das ist gut. Ich kann nicht nicht verlieren. Und ich habe hier oben gekürt. Ich hab noch nicht zu mir. Ich kann nicht das so 오�recihster. Ja, das war wohl nichts. Oh, schade. Ja. Ja, müssen wir ja wohl. Oh, Mensch. Ja. Wir beginnen. Komm. Ja. 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 Hey! Okay. Yep. Okay. 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 Mhm. Ich kann schon wieder nichts legen? Willst du mich verarschen? Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Ja. Ja. Ich glaube ja nicht, dass wir das noch hinkriegen, aber... Ja, ne. Leck mich. Das ist doch... Wieso kann ich auch das nicht überspringen? Ja, ich hab verloren, ich weiß. Meine Güte. Deswegen wollte ich... Also wenn du sogar gegen mich verlierst, gewinnst du meine Karte nie zurück. Ja, halt die Schnauze. Ich hab da keine Lust drauf. Gibt's denn diese Dings, äh... Das sind die, ne? Ich brauch wahrscheinlich erstmal bessere Karten. Für diese Scheiße hier. Wo ist es denn? Hier? Nee. Äh... Wo denn? Kurz speichern. Ich hasse diese Kartenspiele. Ach, da oben. Ich trau mich nicht. Ah, ja. Was ist? Ich krieg ja gleich einen Herzinfarkt. Ja. Willst du etwa Blut... Blut der Königinspiele? Na, ich bin ein lausiger Anfänger. Ach du meine Güte. Du siehst aber stark aus. Ich bin ein lausiger... Anfänger. Ich habe Angst. Hehehehe. Hey. Schau nicht so kritisch. Ist es etwa verbunden, Gefühle zu zeigen? Nö, nö! Mein Name lautet Flanny. Je mehr ich flanne, desto stärker werde ich. Heu! Heu! Mir nach deiner Niederlage nichts vor! Ah ja. Ich hoffe, dass du dich grad nicht getraut hast. Vielleicht geht es ja diesmal ein bisschen ruhiger. So. Ah ne. Warte. Diesmal brauchen wir ja keine, oder? Ja doch. Tauschen wir mal die aus. Aber... Warte. Geist. Tauschen... Warte... Schuss. 28. Kilo. Tauschen... Warte. ... Kilo. Kilo... Warte! Kilo. Warte! Kilo. Hmmmm. 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 Ich will nicht, dass da unten jemanden hinsetzt. Ja, so geht das doch. Oh, wieso kann er jetzt auf einmal trotzdem da einen hinsetzen? Ich konnte da nie einen hinsetzen, wenn er da das gedingst hat. Genau, so. Das geht auch. Boah, das erste Mal, dass ich gewinne, oder wie? Hm. Na, geht doch. Ja, was auch immer. So ein Jammer! Ich hab verloren! Aber die Partie ist doch zum Heulen schön gewesen. Zum Stressabbau gibt es halt nichts Besseres als eine runde Blut der Königin. Aber was muss ich sehen? Du scheinst ja auch ordentlich unter Stress zu stehen. Ich kann es in deinem Gesicht genau erkennen. Lass alles raus. Das hilft wahre Wunder. Tränen bringen Glück. Mhm. Und du bist? Hallo. So. Ach, da. Wo denn? Kennst du das Kartenspiel, wo der Königin alle meine Freunde spielen? Ich will das auch machen. Oh ja. Ich will dich bitte sagen, lass dich nicht mal in meinem Leben. Mein junges Fräulein, du bist viel zu vernamt in dieses Spiel. Ja. Ja. Eigentlich nicht. Oh ja. Ja, jetzt komm. Ah ja. Was haben wir denn? Äh. Ah. Das könnte ich tatsächlich sogar gebrauchen. Aber die hier raus und die hier rein. Hä? Ich hab doch eine rausgenommen. Oder wollte eine rausnehmen. Ah ne, doch nicht. Wollte. Äh. Okay. Ah, okay. Da steht das, wie viel man von was hat. Oder wie. Mhm. Ich wollte dich denn rausnehmen. Die hier, ne? Ja. Genau. Und dann wollte ich hier eine reinnehmen. Ja. Naja. Äh. Kann beginnen, ne? Ich mach mal einen Standardzug. Glaube ich. Ja. Ich mach mal ein. Hmm... Aha. Hmm... Das war's für heute. das gefällt mir gar nicht ja ich glaube wir verloren irgendwas muss ich anders machen ja ist ja gut so ja klar Dann lieber hier, ne? Dann lieber hier, ne? Oh. Ne, war den hier, ne? Haben wir nicht diesmal gewonnen? Ja. Na geht doch. Jetzt haben wir auch den Kaktor. Ach du Schreck, wir haben verloren. Tja, man kann nicht immer gewinnen. Da hast du es aber auch mit einem starken Burschen aufgenommen, junges Fräulein. Ich hoffe, du konntest dabei etwas lernen. Wer Angst vor dem Verlieren hat, wird schließlich nie stärker werden. Das war Glück. Ich habe genau gesehen, wie du regelrecht explodiert bist, junges Fräulein. Komm, wir müssen uns noch artig bei den Burschen hier für das gute Spiel bedanken. Oh ja. Oh ja. Da oben ist der dritte. Ja, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, der Timer hat auch gerade gebimmelt. Am Ende der Partie. Ei, ei, ei. Das nur wegen diesem blöden Nebenauftrag. Naja, egal. Es wurde sich ja sowieso gewünscht, dass ich das Kartenspiel auch mal mitnehme. Gut, dann beende ich erstmal den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Es ist eine lange Geschichte. Doch es lohnt sich, sie zu hören. Sie beruht auf dem, was ich sah. Dem, was ich hörte. Und auch dem, was ich fühlte. In ihrem Mittelpunkt. Der Planet, das Schicksal und die untrennbaren Bande der Freundschaft. Von all dem will ich euch nun berichten. Die Makostadt. Midgar. Der Hauptsitz des gigantischen Shinra-Konzerns. Der den Lebensstrom des Planeten anzapfte, um daraus Energie und große Reichtümer zu gewinnen. Der Planet schrie um Hilfe. Aber niemand vernahm sein qualvolles Flehen. Fast niemand. Denn eine Ausnahme gab es dann doch. Die Anti-Shinra-Gruppierung. Avalanche. Zusammen mit einem ehemaligen Shinra-Elite-Krieger namens Cloud Strife verübten diese mutigen Kämpfer einen Makro-Reaktor-Anschlag. Auf der Flucht durch Midgars zerstörten Sektor 8 traf Cloud auf das Blumenmädchen Eris. Sie gab ihm eine gelbe Blume. Als Zeichen für ein Wiedersehen. Und so setzten sich die Räder des Schicksals in Bewegung. Nach dem ersten Anschlag nahm Avalanche als nächstes Makro-Reaktor 5 ins Visier. Unwissend, dass Shinra genau das wollte. Der Konzern bog sich die Wahrheit zurecht und täuschte das Volk. So stand Avalanche plötzlich als Terrorzelle da, die mit ihren Aktionen die Slums von Sektor 7 auf dem Gewissen hatte. Gute Freunde starben und Verzweiflung machte sich breit. Eris sah keine andere Möglichkeit, als sich in Shinras Hände zu begeben. Eris war die letzte Nachfahrin der Zetra, der Ureinwohner dieses Planeten. Und Shinra war auf der Suche nach dem verheißenen Land, von dem die Legenden der Zetra berichten. Ein Ort, zu dem Eris der Schlüssel zu sein schien. Um ihre Freundin zu befreien, wagten sich Cloud und die anderen mutig in die Höhle des Löwen. Dort trafen sie auf mich, ein Testobjekt aus Hojos Labor. Und gemeinsam gelang es uns, Eris zu retten. Doch kaum war dies geschafft, stand uns schon die nächste Herausforderung gegenüber. Der legendäre Held, Sephiroth. Dieser bewies das totgeglaubte Längerleben und entkam mitsamt Genova, dem Ursprung von allem, aus dem Forschungslabor des Shinra-Gebäudes. Auch uns gelang die Flucht auf die Schnellstraße, wo wir uns eine wilde Verfolgungsjagd mit Shinras Truppen lieferten. Dann tauchte Sephiroth wieder vor uns auf. Ein ohrenbetäubendes Klagen durchdrang Mark und Bein. Die Hüter des Schicksals, die Mäuren, hüllten Midgar in Dunkelheit. Vor der Mauer des Schicksals sprach Eris zu uns, dies sei ein Scheideweg. Wir erfuhren, dass die Mäuren bis zu diesem Zeitpunkt jeden unserer Schritte gelenkt hatten. Doch jetzt waren wir am Zug. Hinter der Mauer konfrontierten wir Sephiroth, der das Schicksal die ganze Zeit über manipuliert hatte. Mit einem gewaltigen Schlag geträumt von unserer Hoffnung sprengte Cloud die Ketten. Von diesen befreit und das Schicksal damit in unserer eigenen Hand fanden wir uns in der weiten Welt vor Midgar wieder. Dies war der Anbeginn. Der eigentliche Start unserer Reise in das große Unbekannte.